Vor über 20 Jahren auch habe ich mich selber mal arbeitslos gemeldet und war, ich glaube, heute kann man das auch sagen, ein bisschen erschüttert, dass ich so lange warten musste, dass ich völlig orientierungslos war und habe gedacht, das kann man besser machen in den Prozessen. Und die Grundüberzeugung, die mich immer treibt, dass Arbeit etwas ist, was soziale Teilhabe auch ermöglicht und was sehr sinnstiftendes und wichtiges ist für die Menschen. Das treibt mich eigentlich täglich auch noch an. Ist Arbeitslosigkeit etwas Schlechtes oder etwas Gutes? Weil dann sind ja viele Menschen frei, etwas zu tun, was sie vielleicht tun wollen. Naja, das ist immer eine Frage der Betrachtung, wie man sich selber damit auch fühlt. Grundsätzlich ist das so, dass die meisten Kunden, die zu uns kommen, Arbeit haben wollen, weil sie auch eine Ausbildung gehabt haben, weil sie auch meinen, dass Arbeit etwas sinnstiftendes ist. Die Menschen, die kommen, suchen die eine Arbeit oder suchen die ein Einkommen? Das eine ergibt sich aus meiner Sicht aus dem anderen. Die suchen erstmal eine Arbeit, die natürlich ein Einkommen garantiert, was zum Lebensunterhalt beiträgt und auch möglichst das Auskommen sichert. Das ist erstmal so die Grundhaltung, dass man das, was man leistet, auch adäquat bezahlt wird. Jetzt haben Sie selber gesagt, dass Sie das mal erlebt haben, in der Arbeitslosigkeit zu sein. Ist das eine Degration des Menschen, dieser Stempel, du bist arbeitslos oder du bist Sozialhilfeempfänger? Ich hoffe mal nicht. Also man bekommt erstmal so einen Schreck und ist dann froh, wenn man Menschen hat, die einem helfen. Und es erleichtert natürlich auch, das ist ja auch in vielen anderen Ländern keine Selbstverständlichkeit, dass man Arbeitslosengeld bekommt, weil einem das zumindest einen Teil der Sorgen erstmal kurzfristig auch wegnimmt. Frau Koska, was denken Sie über das bedingungslose Grundeinkommen? Wäre das sinnvoll, das einzuführen in Deutschland? Ich bin mir nicht sicher, ob das Sinn macht, weil wir natürlich hier auch eine Tradition haben, dass jeder arbeitet und sein Einkommen auch erwirtschaftet. Und ich würde mich immer fragen, so die Frage dann auch stellen, was ist Arbeit dann noch wert? Und es ist Aufgabe des Staates, einfach nur dafür zu bezahlen, dass man da ist. Das Grundeinkommen bräuchte sehr viel Vertrauen in den Mitmenschen. Sind wir vielleicht noch nicht so weit? Ich glaube, wir haben sehr viel Vertrauen in die Mitmenschen. Ich sehe ja tagtäglich, wie viele Menschen Arbeit aufnehmen, sich bemühen, den Job wechseln wollen und ich glaube, das ist nicht so das Thema. Für mich ist eher die Frage dann, welchen Wert hat dann wirklich Arbeit noch? Also ist es Aufgabe des Staates zu sagen, du bist ein Mensch und dafür bekommst du alleine schon ein Einkommen? Finde ich für mich persönlich gesehen schwierig, sondern ich glaube, dass wir sehr gut damit gefahren sind in den letzten Jahren. Man sagt so, wir helfen dir in Lebenslagen, in denen du dir vielleicht nicht selber helfen kannst und versuchen, dich in Arbeit zu bringen, weil Arbeit halt für dich auch was ist, was sich als Mensch weiterbringt. Und das finde ich auch einen sehr schönen Anspruch, zu sagen, Arbeit ist was, was sich an Gesellschaft teilhaben lässt und dafür versuchen wir zu sorgen. Vielleicht in 25 Jahren wird das angenommen. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube es schon. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also das hat aber was mit unserer Geschichte vielleicht auch zu tun. Ja? Ja, mit der deutschen Geschichte.